Hallo, ich bin's, Marco von Authentic German Learning. Falls du diesen Kanal noch nicht so lange kennst, dann schau dir doch ruhig mal die alten Videos an. Ich habe auch sehr viele Wiedergabelisten für dich erstellt. Es gibt auf diesem Kanal mehrere Wiedergabelisten. Dies sind besonders wichtige Videos. Besonders wichtige Videos sind in diesen Wiedergabelisten. Und in der Vergangenheit habe ich über persönliche Entwicklung gesprochen. Und in der kommenden Zeit, jetzt in der neuen Staffel sozusagen, ja, in der neuen Saison, jetzt haben wir eine Zäsur, ja, wir haben einen Abschnitt. Ja, ich habe sehr viele Vokabeln vorgestellt. Ich habe sehr viele Redewendungen vorgestellt. Und jetzt ist ein Abschnitt, Abschnitt, ja, es ist ein Abschnitt vorbei. Jetzt ist eine Zäsur. Und jetzt fangen wir eine neue Staffel an, sozusagen. Und ich rede mit dir wieder mehr über persönliche Entwicklung. Hör mal, da ist ein kleiner Bach. Schöne Pflanzen. Heiß ist es hier. Heiß. Okay. Also, ich rede wieder über persönliche Entwicklung. Und ich habe auch schon ein paar Ideen von Lernmaterialien, die ich für dich erstellen möchte. Ich mag es zum Beispiel sehr, zu meditieren. Also, habe ich mir überlegt, ich mache Tonaufzeichnungen für dich, sodass du mit der deutschen Sprache meditieren kannst, ja, sodass du eine Deutsch-Lern-Meditation machen kannst. Ja, ich denke, das ist sehr, das könnte sehr hilfreich für dich sein. Ich werde auch Bücher zusammenfassen, beziehungsweise die wichtigsten Lektionen aus bestimmten Büchern zusammenfassen, sodass du auch diese Lektionen lernen kannst, ohne jetzt unbedingt tausend Stunden mit dem Lesen der Bücher zu verbringen. Also, ich empfehle natürlich, bestimmte Bücher über persönliche Entwicklung zu lesen. Aber vielleicht möchtest du nicht alle lesen oder du möchtest nur die lesen, die dir am meisten zusagen, die dir auf den ersten Blick am meisten gefallen. Und deswegen werde ich Zusammenfassungen schreiben, beziehungsweise die wichtigsten Lektionen zusammenfassen. Ich hatte noch eine dritte Idee, aber die fällt mir gerade nicht ein. Also, der Punkt ist, ich möchte noch weitere Lernmaterialien über persönliche Entwicklung schreiben. Ach, und die dritte Idee, die ich hatte, war, einen kleinen Kurs zu machen oder PDFs über Zeitmanagement. Wie kannst du deine Zeit gut planen und so sehr gut Deutsch lernen? Wie kannst du deine Zeit effektiv einsetzen? Das ist sehr wichtig. Wenn du Deutsch lernen möchtest, dann brauchst du Zeit dafür. Und es ist wichtig, die Zeit auch effektiv einzusetzen. Und deswegen möchte ich dir nicht nur sagen, wie du deine Zeit gut planen kannst, sondern dir auch meine Lieblingswerkzeuge vorstellen. Das sind so meine Ideen. Schreib mir in den Kommentaren, welches Thema bezüglich persönlicher Entwicklung interessiert dich am meisten. Welches Thema interessiert dich am meisten? Vielen Dank und voraus und bis morgen. Tschüss!